Wenn I can it with you Hallo und herzlich willkommen! Ich bin in der Distrikskultur. Und ich bin ein Volk auf Online-Personalbo. Mit dem Fan. Hallo! Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da von Kondition von Kondition. Sollen? Gleich bleiben nicht. Ja, das kann so ein Wesen sein. Hm. Sollenblumen sind hier hinter irgendwo. Wesen. Hier sind Sollenblumen. Ach, das kann so ein Wesen sein. Und so ein Wesen sein. Ja, weil die Wesen sind. Wir bestehen, Sammlung. Ja, genau. Angetestet. Ja, genau. Ja, genau. Guck mal, hier stehen so schöne Blumen. Ja. Guck mal, hier stehen so schöne Blumen. Ja. Guck mal, hier stehen so schöne Blumen. Ja, eine schöne lila Blumen hier hinten in der Ecke. Ja, das ist ja die eine Fläche, die ich da vorhin gepflügt habe. Da ist auch so ein kleiner Tümpel in der Mitte. Da steht auch Schilf drin. Da sind einige Flächen, wo so ein Wasserloch in der Mitte ist. Ich mach mal das Wasserloch für den Wildschwein. Ja, ne für die Wildschweine meinste. Wohl, du machst uns das Wildschwein. Nee, dann tut das nicht. Oh, guck mal, da passt die Blumen. Ah ja! Das fahren wir ja schon lange nicht mehr, ne? Mhm. Ja, das ist schon mal sehr schön. Eine Fläche ist ja die Fläche. Okay. Ah, das ist so geil, ich kann mich nicht mehr verletzen. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an die Lussberg. Ja, ja, da ist es auch an einigen Stellen extremst eng und ganz viele Zäune, die ganzen Flächen sind da, also fast alle Flächen sind da am Zäunen. Und da habe ich mich mal mit einem Häcksler, mit einem Schneidwerk in den Zaun reingezogen. Das sieht da auch lustig aus. Da kannst du auch nur so mittlere Maschinen benutzen auf der Karte. Aber das ist auch ganz gut, man muss ja auch nicht immer alles so riesengroß halten. So, ich mache mal noch eine Runde rundherum. Ja, also ich habe es. Ja, da könnte man zum Beispiel North West Texas. Gibt es eine Mod-Hab, die Karte. Ja, aber du könntest, bitte mal... Aber da gibt es die Karte auch noch. Genau. Da gibt es nur noch eine Ausbildung, die Karte auf die Karte ist. Ja. Naja, die Sache ist auch die, dass es so ist, dass ja alle anderen es dann auch benötigen, ne? Ja, klar. Ich bin so ein bisschen frei. Das Tolle ist, ich habe es irgendwie vorgestellt, ne Weile. Und ich bin dann schon mal zwei Tage vorher draufgegangen und habe gedacht, naja, guckst du mal. Und was war, ich konnte es mir schon laden. Jetzt sogar schon früher. Ja, das war ja auch noch ein bisschen drin, wenn er so auskommt. Ja. Ich kann schon mal auf meinen Arm, wo du dich runterladen. Und ich kann schon mal die Karte auch nicht von den ersten Fahrrad. Hehe. So, da ist da. So, das ist die Karte, die Karte. Aber wir haben die Fahrrad. Ja. 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 Ja, ein paar Grundeinstellungen schon machen und so. Ja. Aber das ist ja ganz normal, es kommt ja alles nach und nach. Es müssen ja auch noch Mods erstellt werden für den LS17. Ja. Ja, ich hab noch ein paar Leute, die so 15er spielen, die ich so kenne. Wie gesagt haben, muss ich auch... Nee, das stimmt allerdings. Dazu sind es zu wenig. Außerdem muss man dafür die ganze Zeit auch wieder einen Admin stellen und... Ja, man muss ja... Man kann ja nicht einen immer nur ständig haben, das geht ja... Das kenne ich ja vom Public. Ja, er dreht irgendwann am Rad. Ja, also viel kommt nicht runter. Ich hab jetzt erst wieder 1000 und ich bin jetzt... Du hast... Zweimal... Nee, einmal rumgefahren und zwei Spuren. Ja, einmal rumgefahren und zwei Spuren. Ja, einmal rumgefahren und zwei Spuren. Ja, das ist sehr schön. Oh meinst du? Oh. Das ist doch schön. Ja, bei Schafen, da gibt es ja immer relativ gutes Geld für die Wolle, ne? Ja, genau. Und ich sage mal, Gras fällt ja so immer viel an. Das kannst du ja auch nochmal frisch mähen, wenn es notwendig ist. Ja, so eine Mittelklasse, sage ich mal. Ja. Genau. Müssen wir mal einmal beim Händler gucken, was man so bekommen kann. Relativ guten Preis. Kann den alten ja noch in Zahlung geben. Guck mal, ob man nicht schneitelt, okay? Wir haben jetzt 5,5 Meter. 9 Meter. Ja, das ist... 9 ist schon okay, ne? Ja, ist die Frage, ob das hier auf den Flächen so gut geht. Weil ich hatte mit dem einen, wo ich heute gepflügt habe, da hat er einmal auch schon aufgesetzt. Müssen wir mal gucken, wie die Flächen sich verhalten. Ihr könnt ja mal probieren mit dem 9 Meter. Ja, sonst würde ich erst mal den 7,6 Meter nehmen. Ja, dann nimm mal lieber den 7,6 Meter. Ja, dann können wir mal was für die Höhe, wenn die Gräser kommt, ne? 202.000. Ja, wie viel kriegen wir für den hier noch? Plus die Schneidwerke? Achso, du musst ja gucken. Du musst auch noch Mais-Schneidwerke noch haben, ne? Ja, dann haben wir doch ein ganzes Teil. Dann brauchen wir doch gar nicht mehr ganz so viel aufnehmen dann eigentlich, ne? An Kredit. Dann brauchen wir ja vielleicht bloß noch 50.000 oder so. Sollen wir gut haben, was wir jetzt noch haben. Ja. Aber wir haben auch noch Material, was wir verkaufen können, oder? Lager, Weizen und so? Ja, das ist ja nur das, was wir jetzt gerne machen. Achso. Wir haben ja auch mal einen alten Hof gelassen. Immer noch bei dem alten Hof. Ja, und das kriegen wir ja zum Beispiel, wenn wir ein bisschen Hackschnitzel wieder machen oder so, dann kriegen wir das ja relativ schnell wieder rein. Dann später, wenn die Milch noch verkauft wird und so. Ja, da wird ja auch im Moment nicht verkauft. Ja. Ja. Guck mal, hast du gesehen? Die Pflanze, die gerade stehen geblieben ist, da. Einfach durchs Durchschneidwerk durch. Ja, klar, denke ich. Ganz komische Sache. Ja. Das war das eigentlich, weil die Hackschnitzel, die wir hier mal gerade noch zusammenhängen haben. Ja, das stimmt. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Ah, da waren die Willschweine wieder unterwegs, wa? Ja, da waren die Willschweine wieder unterwegs, wa? Ja. Ja, da waren die Willschweine wieder unterwegs, wa? Ja. 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 Wah, das war der Willschweine, was noch nicht gemacht hat, was für die W معklinik ist. Das war die Willschweine wieder unterwegs, nachher wie die Wälder hiers flammendet ist. Tschüss! Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal.